Guten Morgen allerseits. Es ist genau passend heute, was hier passiert, genau zu meinem Thema. Wirklich, es ist sehr gut, dass man isst und trinkt und es ist Männer und Frauen und Kinder und Fremden. Sie wissen, die größte Veranstaltung in der jüdischen Geschichte war die Mitzvah von Hak Hel. Hak Hel bedeutet, jeden sieben Jahre nach Schmitta, am zweiten Tag vom Sukkot, alle jüdischen Männer, alle jüdischen Frauen, alle jüdischen Kinder sind gegangen nach Jerusalem. Das heißt, ein Kind vor der Mitzvah ist nicht verpflichtet, Mitzvot zu machen. Aber eine Mitzvah, die alle Jungs und Mädels mussten in der Zeit von Betamigdash machen, war Hak Hel, versammeln zum Betamigdash in Jerusalem. Und dort der König hat vorgelesen vom Tora und das heißt diese Mitzvah Hak Hel. Und interessant, steht geschrieben, nicht nur Männer sollen kommen, sondern auch Frauen und auch Kinder. Aber nicht nur Kinder, auch Taf, kleine Kinder und auch Bruststillende. Das heißt, auch wenn ein Kind ist von seiner Mama, auch er ist verpflichtet zu gehen nach Jerusalem. Und unsere Frage ist heute, warum muss man Kinder bringen nach Jerusalem zu dieser Veranstaltung? Und ich habe gefunden, acht Gründe in unseren Schriften, wieso, warum, weshalb müssen wir die Kinder und die ganz kleinen Kinder bringen in Jerusalem. Ich werde sagen in Klammer, Sie wissen heute, wann soll man bringen ganze Babys in die Synagoge? Wann? Wann soll man bringen Babys in die Synagoge? Einmal bei Shavuot, wenn man die zehn Gebote liest und auch am Simchat Torah. Das heißt sonst, Babys haben nicht was zu suchen in die Synagoge. Kinder, die können sitzen mit Vater und Mutter, vier, fünf Jahre, ganz ruhig, soll man bringen in die Synagoge. Deshalb, wir lesen jetzt acht Gründen, warum bringt man Kinder in Betamikdash nach Jerusalem. Die erste Meinung ist, warum? Um zu belohnen den Vater und der Mutter. Warum? Es gibt eine Geschichte im Talmud von Rabbi Joshua. Wenn die Mama von Rabbi Joshua schwanger war, sie ist gegangen von einer Synagoge zur anderen und sie hat gesagt, die weisen, bete für mein Kind, bete für mein Kind, die ganze Zeit. Und wenn er ist geboren, sie hat gebracht seine Wiegele zum Lehrhaus und sie hat gesagt, so seine Ohren sollen hören Torah. Und deshalb der erste Grund ist, dass der Vater und die Mutter und die Frau sollen beginnen, ihre Kinder zu erziehen. In Betamikdash soll er hören Torah, original. Zweite Erklärung, ein Kind kann nicht alleine zu Hause bleiben. Ein Kind, wenn er ist ein Baby, braucht er seine Mutter und er muss mit ihr gehen. Wenn der Vater hat eine Pflicht zu kommen und die Mutter hat eine Pflicht zu kommen, wo soll das Baby bleiben? Dann muss man die Babys auch mitbringen. Dritter Grund, Sie wissen, Mutter, wenn sie bekommt ein Kind, wenn er ist klein, sie hat für ihn Sehnsucht. Und wenn die Mama ist in Jerusalem und das Kind bleibt alleine zu Hause, die Mama ist nicht konzentriert. Und für wen ist die Liebe größer? Für Gott oder für ihr Baby? Normalerweise für Baby. Deshalb gibt es ein Gesetz, Vater und Mutter dürfen nicht in die Synagoge küssen ihre Kinder. Das ist verboten. Um nicht zu zeigen, dass die Kinder süßer als Gott sind. Also in die Synagoge darf man nicht küssen. Willst du draußen küssen, dein Baby küssen die ganze Nacht, den ganzen Tag. Sehr gut. Aber in die Synagoge gibt man einem Baby nicht einen Kuss. Zum Beispiel die svartischen Juden, wenn sie sich treffen in die Synagoge, sie machen immer, sie machen so wie die Franzosen, sie machen immer so zwei Kuschen von rechts und von links. Darf man in die Synagoge so einen Kuss geben? Ja. Warum? Weil so ein Kuss ist ein Kuss von, nicht von Liebe, das ist ein Kuss von Benehmung, von Höflichkeit, so traditioneller Kuss. Deshalb, der dritte Grund, warum bringt man Kinder nach Betamigdach, nach Jerusalem, um nicht Sehnsucht zu haben zu den Kindern. Jetzt kommt der vierte Grund. Sie wissen, Kinder ist schwer, aber Kinder ist auch Ausrede. Eine sehr elegante Ausrede. Wenn eine Frau geht, besucht sie ihre Freundin. Und sie will nach einer halben Stunde weggehen, was sagt sie, ojojo, ich habe die Kinder gelassen bei einer anderen Frau, ich muss schnell gehen. Also, aber was passiert, wenn einer will lang bleiben, was macht er? Wenn du gehst zu deiner Freundin und du willst lang bleiben, was machst du? Nur? Babysitter. Nein, bringst du dein Baby mit? Babysitter kostet. Babysitter, sagst du nach zwei Stunden, ich muss gehen. Aber wenn du willst, bleiben lang, sagst du, ich nehme dein Baby mit, das ist ein Zeichen, dass du willst lang leben. Deshalb, dass die Mutter soll bringen, ihr Baby zum Betamigdach, um zu zeigen, dass sie will bleiben, viel. Und sie muss nicht sagen, nee, ich muss jetzt nach Hause schnell, das Baby ist alleine oder bei einer Nachbarin oder bei meiner Schwester, ich muss ihn abholen. Der fünfte Grund. Jede neue Sache am Leben macht Freude. Es gibt heute in der Welt einen Begriff, das heißt Gadget. Was ist Gadget? Gadget ist immer neue Sachen. Wenn einer macht auf seiner Maschine Espresso und er sieht hier seinen Namen auf dem Kaffee, ist er begeistert. Aber was passiert, wenn er jeden Tag einen Kaffee mit seinem Gesicht auf dem Espresso macht? Langweilig. Und jeder neue Zatzke oder neue Pitschewke oder ein neues Geschenk, das der Mensch hat gekauft, ist schon langweilig. Aber eine Mitzvah, die man sieht, einmal im Jahr, bleibt immer bei Ewigkeit gebunden. Ich kann mich erinnern, vor ungefähr 30 Jahren bin ich gefahren mit meinem Vater und meiner Mutter nach Jerusalem und dort hat man die Sonne gesegnet. Jeden 28 Jahre segnet man die Sonne. Ich war ein Kind, aber diese Erinnerung, so viel Jiden zu sehen, Männer, Frauen, Kinder, hat mich geprägt, dass hier zu sein ist nicht alleine, viele kommen. Deshalb ist es wichtig, etwas zu sehen. Sechster Grund, wir sagen ein Gebet, Mach für unsere Kinder, mach für die Kinder, die haben nicht gesündigt. Und deshalb, wenn wir kommen in Betamigdash mit den Kindern, wir sagen Gott, wenn du nicht für uns unsere Gebete machst, mach mindestens für unsere Kinder und für die kleinen Kinder. Jetzt kommt die siebte Erklärung. Warum bringt man die Babys nach Betamigdash? Steht geschrieben, eine Frau in Zeit von Betamigdash, wenn sie ist gekommen nach Jerusalem, hat sie nie verloren ihre Baby. Und steht geschrieben, dass nie von diesem Geruch in Jerusalem hat eine Frau ihre Baby verloren. Und deshalb, man wollte, dass die jüdischen Frauen sollen gesunde Schwangerschaft haben und sollen sie riechen gute Sachen. Und dieser Geruch von Gdusha, was war in Betamigdash, kommt in den Herzen. Jetzt kommt die achte Erklärung. Die achte Erklärung ist, was ist besser? Meine Erziehung oder die Erziehung von meinem Kind? Was ist besser, meine Vollkommenheit? Was ist besser, dass ich bete richtig? Oder soll mein Kind so richtig beten? Natürlich Kind. Wer sagt natürlich? Das ist wichtig. Meine Erziehung, das ist auch für meine Eltern. Nicht immer. Nein? Und ein Beweis. Man braucht nicht jeden Schabbos bringen, die Kinder in die Synagoge sich stören. Ich muss beten, nicht die Kinder. Aber von Zeit zu Zeit, sagt Trebnossen Adler, ein Rabbiner in Frankfurt, ein Mensch soll ein bisschen seine Vollkommenheit und sein Wille zu steigen, reduzieren und denken an die Kinder. Das ist die erste Sache, was wir beginnen. Dann gehen wir weiter. Das ist eine tolle Sache. Wenn ihr versteht diese Sache, ihr werdet verstehen, was ich sage. Wenn ihr nicht versteht, etwas fällt euch an meine Sprache. In unserer Parascha, Josef trifft mit seinen Brüdern und fordert, dass er seinen Brüdern zeigt, dass er ist Josef. Was macht er? Was sagt er? Alle fremden Leute, bitte raus. Warum alle fremden Leute, bitte raus? Weil wenn Familie hat Politik, Schwierigkeiten, schmutzige Wäsche, hier am Tisch. Die, die nicht passen, draußen bitte. Wir klären unsere Sachen nur unter den Kulissen, zusammen. Und dann, was macht Josef? Er spricht zu seinen Brüdern in welcher Sprache? In Lashona Kodesh, in Ivrit. Und er sagt zwei Wörter. Ani, Josef. Ani, Josef. Und sie gucken auf die Seite, wer spricht Ivrit. Sie haben nicht gefunden. Was macht Josef? Öffnet seine Häuser. Und zeigt seine Geschwister, sein Brüdern, sie waren schockiert. Sie haben gesehen, er ist beschnitten. In dem Moment, wo sie waren so geschockt von seinen Brüdern, von seiner Beschneidung, der Seri Said. Er hat gesagt, Ihr seht mit euren Augen, dass ich spreche zu euch, eure Sprache. Was passt nicht in diesen Satz? Was passt nicht in diesen Satz? Eure Augen sehen, dass ich spreche in eurer Sprache. Er spricht wie, sie sollen mit Ohren hören. Was soll man sagen? Os Nechema Shomot. Eure Ohren hören, dass ich spreche in eurer Sprache. Wieso eure Augen sehen, dass ich spreche in eurer Sprache? Jetzt kommt etwas sehr interessant. Sie wissen, es gibt Jiden von Russland. Es gibt Jiden von Osbekistan. Es gibt Jiden von Tashkent. Es gibt Jiden von Grusia, von Bukhara. In jedem Land, wo Jidnam gelebt, waren zwei Sprachen. Eine Sprache, die man hört und eine Sprache, die man sieht. Die Sprache, die man hört, ist Bukharisch. Aber ein Bukharer wird gleich erkennen beim anderen, ob er ist Said oder nicht. Aber was spricht er Bukharisch? Nein, 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 nein. Es ist nicht, was man hört. Es ist, was man sieht. Es ist nicht Russisch, was man spricht. Es ist etwas von einer verborgene Wirkung von langen Jahren, von jüdischer Erziehung. Es ist dieselbe und die gleiche Russisch beim Hören. Aber es ist eine andere, totale Sprache beim Sehen. Das zu lernen, was ist dieses Sehen, geht nicht. Niemand hat es geschafft, zu formulieren, zu definieren, was sieht man. Was sieht man? Man sieht etwas, was man nicht hört. Man sieht etwas, das ist familiär. Man sieht etwas, das ist meine Sprache. Deshalb sagt Josef zu seinen Brüdern, eure Augen sehen die Sprache, die ich mit euch spreche. Wir haben hier Gäste aus Frankreich. Ich bin sicher, sie werden mir das stimmen. In Frankreich reden die Jiden französisch. Aber ein Jid, der hört ein anderer Jid, der spricht französisch, er wird gleich erkennen, seine französisch ist ein bisschen anders. Nein, 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 was ist anders? Die selbe Sprache? Jetzt kommt die Antwort. Es ist nicht jetzt Grammatik oder klare Sprache oder 100% zu sprechen oder Akzent vom Geboren oder nicht. Das ist eine seelische Fingerabdrücke, die die Mutter hat gegeben ihren Kindern. Gestern in der Baumweg-Synagoge hat mir erzählt, ein junger Mann, der heißt Marc, dass er einmal mit seiner Oma in Kharkov war. Und in dem Bahnhof, er hat gebeten seiner Oma, dass er will schießen gehen. Man kann kaufen so eine bezahlbare Rubbel und du bekommst eine Pistole und du musst schießen. Wie? Luftgewehr. Luftgewehr und der Oma hat gesagt, geh schieß. Und er ist gegangen zum Verkäufer und er hat gesagt, nur drei Werte, ich habe vergessen in Russisch, was er hat gesagt, aber sie hat gesagt, gib mir drei Stück. Wie sagt man, gib mir drei Stück? Daj mi? Daj mi? Daj mi tri stuki. Daj mi tri stuki. Also daimi, verstehe ich? Tri ist drei stuki, Stikalach. Daj mi tri stuki. Gut. Hat er viel gesagt? Daj mi tri stuki. Klingt wie Arameisch. Daj mi tri stuki. Er hat ihm gegeben und er geht zu sehen, wie er schießt und er sagt, du wirst schon mehrere Soldat in Israel nicht werden. Sagt er, wie kommst du darauf, dass ich muss Soldat sein in Israel? Sagt ich auch, auf deine Sprache, daimi tri stuki, hab ich gesehen, auf deine Benehmen, auf deine Augen, meine Augen haben gesehen, dass du bist nicht ein Soldat sein in Eretz Israel. Und das ist genau die Idee. In dem Moment, wo die Kinder sind klein und mit der Muttermilch gehen sie nach Jerusalem um diese Lektion, um diese Lehre zu lernen, dann schaffen sie diese Lernen. Interessant. Sie wissen, Moshe Rabbeinu ist gewachsen zwischen Gäu. Und er hat gewusst zu sprechen mitzrisch 100%. Was hat gemacht Gott damit soll das Volk glauben dass sie Zahid? Gott hat gemacht soll er stottern. Weil in dem Moment, wo Moshe Rabbeinu hat gesprochen, perfekt, sie hat nicht geglaubt Zahid. Sagen unsere Weisen, Moshe hat gieh zwei Sprachen. Wenn er hat gesprochen, loschen kräude, schtora, tefila, er hat nicht gestotert. Wenn er hat gesprochen mitzrisch, da hat er gestotert. Deshalb lernen wir heute einen einfacher Aspekt. Dass in dem Moment, wo man bringt Kinder in die Synagoge mindestens zweimal im Jahr am Shavuot zum Tora lesen, am Sukkot am Simchat Torah um die Tora zu sehen, da soll man auch bringen kleine Kinder. Und es ist wichtig zu Hause, was die Kinder hören. Sollen sie hören jüdische Musik? Sollen sie hören, dass die Älteren sprechen gut? Interessant? Wenn Vater und Mutter miteinander nicht gute Wörter reden, sollen sie das bitte nicht machen neben die Babys. Die Babys verstehen das auch. Sie kriegen auch ihre Kritzen, wenn Vater und Mutter miteinander sprechen. Noch mehr, man sieht, dass Rabbi Joshua, seine Mutter, hat ihm genommen mit dem Wagen, damit soll seine Ohren so bekommen Tora. und wenn ein Kind hört gute Musik, jüdische Musik, klassische Musik, intelligente Sachen in seinem Leben, es wird ihm helfen, groß zu wachsen, nicht nur in einem gesunden Körper, sondern auch in eine gesunde Neschome. Interessant? Es gibt vier Sachen in dieser Welt, wo Menschen haben dafür keine Lust. Zum Essen hat jeder Lust. Zum Schlafen hat jeder Lust. Es gibt vier Sachen, wo ein Mensch hat keine Lust. Was sind die vier Sachen, wo Menschen haben keine Lust dafür? Arbeiten. Arbeiten. Ist eine davon. Lernen. Zum Arzt gehen. Was? Zum Arzt gehen. Haben wir gesagt, Arbeit, ein Mensch hat nicht immer Lust. Tora lernen, nicht immer. Ein Mensch steht nicht auf morgen früh und sagt, ah, heute gehe ich Tora lernen. Wow, da kann ich schlafen einen Tag vorher. Und genauso auch beten. Beten ist auch eine Sache, die man braucht, immer die Menschen motivieren, kommen zu beten. Und die vierte Sache, Wohltätigkeit zu machen. Also die vier Sachen. Echt? Echt. Wohltätigkeit zu machen, gute Sachen, Mietzlis, jemandem zu helfen, das ist eine Sache, die man muss immer motivieren. Habt ihr schon gesehen, ein Kind von sich, der will lernen? Nein. Habt ihr gesehen, ein Kind von sich, der will daumen? Nein. Habt ihr gesehen, ein Kind von sich, der will helfen? Sag, Mama, ich muss helfen. Ich will aufräumen. Ich will auch den Keller aufräumen. Gib mir bitte noch eine Lappe. Ich will die Fenster. Gibt's nicht. Und ein Kind, der sucht, Mietzlis zu machen, der will seine Brüder geben, essen und trinken oder jemanden. Gibt's nicht. Das sind die vier Sachen am Leben, wo sie brauchen immer Chisuk. Sie brauchen immer Verstärkung. Sachen von dieser Welt brauchst du nicht zu verstärken. Man will von alleine. Jetzt, wo gibt es in dieser Welt Sammlungen? Wo sammeln sich Menschen? Menschen sammeln sich in Dippelmes, in Zirkus, in Zoo, in Palmengarten, in Kino, in Fußballstadion. Und da, wenn Kinder gehen zu diesen Versammlungen, haben sie Erinnerungen von diesen Versammlungen. Und jetzt? Man macht diese Versammlungen interessant für die Kinder, aber noch mehr interessanter für die Älteren. Die Älteren wollen hingehen dort. Sie suchen eine Ausrede für die Kinder. Das heißt, für die Kinder ist viel netter zu gehen, zu einem Zirkus halt zu sagen, ja, ich habe Lust, gehen in den Zirkus. Deshalb, wenn Vater und Mutter beginnen, ihre Kinder zu nehmen, zu guten Sammlungen gehen, nicht nur ich kenne eine Familie, wo der einzige Kontakt vom Vater und seinen Söhnen, dass sie zusammen gehen in Fußball. Es ist besser als nichts. Es ist besser als Vater, der macht mit seinen Kindern gar nichts. Aber was werden die Kinder behalten im Kopf? Unser Papa liebt Versammlungen von Fußball. Das ist ein Ideal. Und wenn Papa liebt Fußball, was ist wichtiger jetzt? Lernen oder Fußball spielen? Fußball spielen, ein Beweis. Papa arbeitet die ganze Woche und wenn er hat frei, nimmt er uns zum Fußball. und dann der Papa wird sagen, du musst lernen. Warum muss ich lernen? Du sollst kriegen eine gute Arbeit. Warum muss ich eine gute Arbeit? Um Geld zu verdienen. Und warum brauchst du Geld zu verdienen? Um Fußballstadion zu gehen. Also er versteht schon die ganze Kette und dann will er nicht mehr lernen. Aber in dem Moment, wo Vater und Mutter beginnen, ihre Kinder zu motivieren zu anderen Sachen, zum Tora lernen, zum Beten, zum Wohltätigkeit, zum Arbeit, als Arbeit und nicht nur als Gewinn von der Arbeit. Das heißt, sie sollen genießen von dem, was sie tun. Dann, diese Erziehung ist eine gute Sache. Dann werden die Kinder wachsen, normal. Sie haben in ihrem Leben ein Ideal. Ich werde die Sache schließen. Wir sagen jeden Schabbat, ein Gebet auf Aramäisch. Dieses Gebet heißt Jecum Purkon Min Shemayo. Wir beten Gott, soll er segnen Taflo Uneshaio. Taflo heißt Taf, kleine Kinder. Uneshaio heißt die Frauen. Warum beten wir Gott, soll er segnen die Taflo Uneshaio? Warum heißen in Aramäisch kleine Babys Taflo? Taflo kommt von dem Wort Tafel, Nidpal. Das heißt, ein Kind kann nicht ohne seine Mutter. Er kann nicht gehen, er klebt zu ihr. Also, wenn jemand weiß, ein Baby mit Mama ist wie ein Magneet. Egal wie geht Mama, so wie eine Schatten. In ein paar Minuten das Kind ist neben ihr. Egal wo sie geht, er dreht sie, er lässt sie nicht ruhe. Das ist Taflo. Dann beten wir Gott, soll Taflo Uneshaio sollen gesucht sein jeden Schabbos bei die Höhe Punkt nach die Torah-Leisung. Das ist interessant. Yachida mit Palel Bebeito. Wenn einer betet zu Hause, sagt er nicht die Kumpurke. Er sagt nicht diese Gebet. Warum sagt er nicht diese Gebet? Weil diese Gebet kann man nur sagen, wenn man zusammen ist. Hier im Sprachprogramm in der jüdischen Gemeinde verbinden wir Himmel und Erde. Wir haben ein tolles Frühstück. Und es steht geschrieben im Talmud, dass die wichtigste Mahlzeit am Tag ist Pat Shacharit. Für was ist gut Pat Shacharit? Für was ist gut zu essen Frühstück? Um Neid nicht zu haben. Also wenn jemand ist neidisch, oder eifersüchtig, liegt das sehr oft, dass er nicht gefrühstückt hat. Und dass er hat keine Kräfte. Das Un Frühstück nimmt raus den Hass und bringt die Liebe. Also steht geschrieben Pat Shacharit Moziat das in A nimmt raus den Hass und bringt die Liebe. Sehr oft siehst du Menschen, die sehr nervös sind. Es liegt das meistens an drei Sachen. oder haben sie beinahe gestritten mit dem Partner und danach haben sie nicht geschlafen und zum Schluss haben sie nicht gefrühstückt. Wie kann man alle Sachen ein bisschen reduzieren? Zuerst nicht streiten, später gut schlafen und zum Schluss Frühstück auch zu essen. Aber falls von diesen drei zwei sind passiert, soll man mindestens beim dritten achten. Das liegt an dir, also Beziehung liegt nicht immer an dir und das will ich ein paar Leute beruhigen. Es gibt, Rabbi Nutam sagt, dass es gibt Yemei Ahava und Yemei Asina. Es gibt Tage, wo man sich liebt und es gibt Tage, wo man sich nicht liebt. Das sind Tage vom Hass. Es liegt nicht an dir, du stehst auf links, an dem Tag bist du klein, knöppeldick, du bist ärgerlich, ohne Grund objektiv. Sagt Rabbi Nutam, sollst wissen, es liegt nicht an dir. Es liegt an Gott, er gibt uns in dieser Welt verschiedene Tage. Was macht man an solchen Tagen? An solchen Tagen in die erdischen Sachen soll man ein bisschen locker lassen. Das ist nicht der Tag zu putzen, die Wohnung, das ist nicht alle Papiere. Aber Sachen vom Geist, Sachen vom Tora, vom Lernen, vom Steigen, an dem Tag, wo der Tag ist, daneben, das ist der richtige Tag, das zu tun. Interessant. Jahrelang hat mich gewundert, was steht in Talmud, wenn jemand hat Kopfschmerzen, was soll er machen? Was steht geschrieben in Talmud? Lernen? Verstehe ich nicht. Wenn ich Kopfschmerzen habe ich will nicht lernen, sagt der Talmud, nein, hast du Kopfschmerzen? Das ist der Tag vom Himmel, wo hat man dir gegeben, ein Hasstag, an dem Tag kannst du nicht erledigen. Die einzige Sache, was du machen kannst an dem Tag ist lernen. Versuch zu lernen und zu steigen und mach das bestens. Wenn jemand will was fragen oder bemerken bitteschön. Ich würde ausführlich erklären, wenn etwas war unklar oder ihr will etwas mehr soll nicht. Es muss nicht in Kopf reingehen, aber es muss gelernt und wiederholen. Und in dem Moment, wo ein Mensch bricht sich und er kämpft gegen sich, er den Kopfschmerzen wegnehmen. Ja, das ist die Idee. Sie glauben auch nicht. Okay, ich nehme mir zur Erkenntnis eure Frage, ich werde das noch einmal meinen Rebi fragen, ich nehme deine Frage sehr seriös, da weiß ich nicht, was zu beantworten, ich werde die Sache überprüfen und dir eine klare Antwort geben. Ich werde dich nicht überzeugen von etwas, ich selbst nicht überzeugt. Schade auf die Zeit, ich werde fragen und wenn ich bin überzeugt und ich habe die klare Antwort, sie bekommen die Antwort, klar serviet. Will noch jemand was fragen oder bemerken? Wer ist mein Rebi? Ich habe zwei. Ich habe ein Rav und ein Maschpia. Jeden Mensch steht in Sprüche der Viter zweimal Asselecha Rav. Schaffe dir ein Lehrer. Einmal steht geschrieben Schaffe dir ein Lehrer und erwerb dir ein Freund. Einmal steht geschrieben Schaffe dir ein Lehrer und befreie dir von dem Zweifel. Jeden Mensch braucht in seinem Leben zwei Rabbanim. Eine für himmlische Sachen erlaubt verboten Kasher Taref in Ordnung nicht in Ordnung Parve milchig fleischig Ja machen nicht machen Ja fasten nicht fasten diese Sachen Ja früher geduschen naja später geduschen und der andere Rebbe ist so wie ein Coacher für weltliche Sachen für profanen Sachen für einen der dir beeinflussen kann das heißt einer soll sein in deiner Irre genau weil eine die du dich gut kannst und du kannst dann auch fragen einfache Fragen vom Alltag ist normal ich würde so sagen der Rebbe entscheidet die halachah eher Richtung Schamai Ja Nein Assur Mutter Taref Kasher und der andere Rebbe ist Hillel ist so Richtung er versteht dir versuch dir eine Lösung zu geben so vielleicht in andere Werte so ein Coacher so ein ein guter wie Motivator ein guter Berater deshalb braucht man doch zwei wobei der andere Rebbe als Motivator als objektiver Ratgeber kann auch sein ein guter Freund es muss nicht sein jetzt ein eine Diploma für Rabanut es kann sein ein Rav bedeutet eine wo seine Meinung ist bei dir ein Mensch hat nicht objektive Denkweise er denkt das was ihm passt das was ihm bequem das was ihm nötig kommt jemand von außen und sagt mach das oder mach das deshalb wenn ich habe Fragen wenn ich habe eine halachah frage frage ich einer habe wenn ich habe eine Frage von menschlichem Umgang jemand hat dir geärgert soll man antworten oder nicht was soll ich machen ich muss mit jemand beraten ich rufe ihm an und ich stelle ihm die Frage manchmal sagt er schweigen manchmal triff in vier und sagen dass du bist verletzt also es ist immer weil ein Mensch wenn er allein entscheidet meistens macht einen Fehler wenn er stellt jemand eine Frage der mit Emotionen nicht so gebunden bekommt er eine gute Antwort also deshalb braucht jeden Mensch mindestens zwei Mantor oder Guide oder spiritueller vorbildlicher Mensch der ihm hilft auch die größte Rebis der Welt haben immer gehabt eine wo sie haben bei ihm ihre Zweifel gelöst weil steht geschrieben in Talmud ein Chavush Matirat Zmomi Beta Suryma ein Mensch wenn er ist im Gefängnis und er ist gebunden er kann sich nicht öffnen von Fersländer kommt zu ihm mach auf sofort geöffnet also wenn du kommst zu jemand anders mein Schmerz ist meine nicht seine wenn etwas bei mir im Herzen ich kann das nicht lösen aber wenn ich komme zu jemand anders jetzt ist nicht sein Problem nicht in seinem Problem kann er mir einen logischen Rat geben und da kann man die Sache wollte noch eine Geschichte zum Schluss es es war in Ungarn eine Familie mit paar Kindern mit einer sehr guten Frau die alles richtig gemacht aber ihr Mann hat kein Masel alles was er gemacht mit Parnosse war daneben so wie der Witz von dem Evan Ezra wenn er begonnen zu verkaufen Totten Kleider die Leute sind nicht gestorben wenn er begonnen zu verkaufen Kerzen es ist nicht dunkel geworden also egal was hat er in der Hand genommen er begonnen zu verkaufen Kleider von Winter es war kein Winter also masel los Mensch aber eins war bei ihm sehr gut ist er gegangen jeden Morgen früh zum Davnen steht geschrieben wenn ein Mensch hat nicht Paranose hat nicht keine Arbeit und er will soll Gott ihm helfen soll er ganz früh aufstehen zum Davnen weil früh morgen kann man noch fischen angeln und Gott wird ihm helfen weil Gott hört zuerst wenn einer kommt im Gebet um neun um zehn alle haben schon gedauert alle haben schon gebetet Gott ist schon besetzt also wenn jemand will gehen ich kann mich erinnern wenn wir stehen als Ausländer im Ordnungsamt um zu bekommen ein Offental um wie viel musst du kommen um fünf um vier warum weil wenn es geöffnet um sieben bist du der erste was passiert wenn einer sagt na ich komme um sieben bitte schon komm um sieben du gehst rein um zwölf also wenn du willst reingehen die erste komm ganz früh also der Mann ist jeden Morgen früh aufgestanden ein Morgen Winter Zeit geht er auf die Gassen und vor ihm fährt ein Kutscher mit schnelle Post schnelle Post in die Zeiten waren zwei Arten von auch heute gibt es Express Post und Langsam Post aber damals war das mit Kutscher und Wagen und von dem Express Post sind gefallen zwei Umschläge eine dicke und eine dünne und unsere Jidale Rebchaim Scholl Brach hat genommen die Dünne und hat geschrien Hey Kutscher Hallo Stopp und er hat ihm gegeben die Dünne und die Dünne und sein Trieb konnte nicht herrschen hat er versteckt in die Tasche kam nach Hause er öffnet die dicke Umschlag volle dicke Scheine Geld er sagt seine Frau Mazeltov wir sind reich geworden sagt sie wieso sagt er Gott hat geschickt Geld sagt sie wie schickt Gott Geld erzähl sagt er heute Morgen bin ich gefallen von Poh sagt Gott das ist ein Ganev du bist ein Dieb und sie werden dir noch finden was Ganev er hat versucht zu erklären seine Frau das ist versichert und erlaubt und es ist von Gott und sie musen er gedreht und gedreht seine Frau hat gesagt nein gib das zurück du bist ein Ganev du bist ein Dieb ich will nicht diesen Umschlag bei mir der Mann ist sauer er hat seine Frau beruhigt und sie haben den Umschlag versteckt bei Nacht Polizei guten Abend Shalom sie haben heute morgen gefunden Umschlag mit Geld und gleich eine Sünde bringt eine Sünde sagt nein nein ich habe eine gefunden habe ich zurückgegeben sie haben gesagt ja aber es gefallen zwei die unwichtige hast du zurückgegeben und die gute hast du behalten mit sehr viel Geld war drinnen sie sagte nein nein sie haben gemacht gesucht zu Hause haben sie nicht gefunden sie gesagt bis wir finden nicht den Umschlag du gehst ins Gefängnis hat man ihn genommen ins Gefängnis und er saß eine Woche zwei drei und in dieser drei Wochen sind gekommen alle Nachbarn und haben die Frau getröstet du Arme dein Mann ist bestimmt kein Ganev der hat bestimmt nicht geklaut so eine Misse Schicksal und so nach drei Wochen hat die Frau entschieden sie muss Änderung haben ihr Umschlag ist zu Hause was macht man in Mittelnacht nimmt sie den Umschlag und sie geht zum Rabbi David Pappenheim der Rabbiner damals in Deberzen in Ungarn und in Mittelnacht wo er sitzt und lernt nimmt sie den Umschlag mit Geld werft sie von seinem Fenster und lauft weg und die Polizei hat gemacht auch ein Schild wenn jemand geben diesen Umschlag wird kriegen eine Belohnung ein honorar mit sehr viel Geld gut der Rabbiner sieht ein peckl mit Geld sagt oh ja das ist dieser peckl mit Geld gibt die werbung was mache ich damit jetzt er berlinigt was soll er jetzt machen was soll er mit dem Umschlag machen was passiert wenn ein Mensch weiß nicht was zu tun was macht man moment er ist der Rebbe er weiß nicht was zu tun er hat entschieden er geht ein bisschen schnappen frische Luft und vielleicht beim frischen Luft wird er eine Idee bekommen er nimmt den Umschlag und er geht draußen zum frischen Luft und seine Füße bringen ihn zum Wald früh morgen sieht er der Pastor vom Stadt der der katholischen Pfarrer Priester sagt er sagt guten Morgen gerade denke ich über Sie sagt er Sie denken über mich sagt er ja sagt er ich wollte wissen bei euch in der Religion gibt es so ein Ritual wo einer hat gesündigt er sitzt auf einem Stuhl und er macht O'Shamlu Bogadno also er sagt alle Sünden ich wollte fragen ob Juden dürfen auch diese Beichten machen sagt er ja Juden können auch sagt er und wenn einer erzählt dir etwas bleibt das bei dir 100% sagt er ja es bleibt bei uns wir haben Schweigepflicht sagt er und was passiert wenn jemand erzählt er hat umgebracht oder geklaut oder ermordet sagt er es ist egal ich bin Stellvertreter im Gotteshaus für alles was passiert sagt er dann möchte ich bei dir einen Termin ich will einen Termin bei dir gut er geht zu dem Haus und er sitzt auf dem Stuhl und er gibt dem Fahrer den Umschlag dem Geld und er sagt gib das bitte an die Polizei nun der Fahrer ist gekommen zur Polizei und er hat erzählt dass einer hat bei ihm gebeichtet und er hat gegeben das Geld und er darf nicht sagen wer gut die Polizei hat ihm gegeben die Honorar weil er das Geld gegeben er hat genommen das Geld und er ist gegangen zum Rabbiner und er ist der Rabbiner gehört mir nicht das gehört dir der Rabbiner hat gesagt nein das Geld gehört auch mir nicht das gehört diesem Ehepa wo der arme Mann saß so lange im Gefängnis und dann zu zweit der Pfarrer und der Rabbiner sind gegangen mit der Summe Geld vom Honorar gegangen zu der arme Jid und hat ihm gegeben diesen Honorar was lernen wir von der Geschichte dass das was du hast von Gott verdient das wird kommen bis zu dir nach Hause was wir lernen auch von der Geschichte dass ihre Feiertage und ihre Glauben ist auch für etwas gut und manchmal hilft das auch in wahren Momenten auch für diese Sache diese Wörter hat wie sagt Rebdovid Pappenein dass der Rebistel hat nichts in dieser Welt umsonst geschafft jede Sache in dieser Welt hat ihren Platz und bestimmten Ort und bestimmten Sinn ich wünsche euch alle alles Gute bleibt alle gesund und stark und alles Gute